ja, aber wenn ich da den Defi mitgebracht hätte, dann hätten wir das nicht geschafft also mit den anderen beiden zusammen hätte ich das nie mal so erlebt da kommen wir in den Defi mit ab 1, dann zurück zum Boot ich auch DM4, DM4 mit oh, komm, hier ist... dann haue ich mir das andere Medi auch nochmal im Ball DM4, DM4, DM4 mit OK, jetzt machen wir alle im Benzinkanis da hinten drauf scheint ja OK ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, ne? mhm Oh, super. So aus. Super. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Oh, was ist hier denn los? Oh. Muss ich mal hier am Rand vorbei, in einem Haus. Ach du Scheiß, die kommt zwar nicht los, oder? Oh, was ist das denn? Oh, Jockey auf mir. Oh, was ist denn jetzt los? Hunter. Fuck. Oh, ich seh gar nicht, wo ich lang muss. Ich seh auch nicht. Hier ist ne Wand wieder. Ah, hier lang ist schon mal gut. Gott. Gott, 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 Gott. Hängt's doch von mir an zu stürmen? Oh, klasse, kommst du wieder da durch nicht, ich muss hier wieder zurücklaufen. Oh, scheiße, oh Mann. Oh. Lass uns denn damit... Ich hab's auch nie weiter. Ah, guck, hier ist denn mit der komische Rohr, wo wir vorhin schon drauf waren. Ja, das war doch am einfachsten eigentlich da. Ich hab's nur vorhin nicht gefunden, als wir da reingelaufen sind. Wettbewerb, das ist ein Problem. Fahren wir im Antuch hoch. Er kommt nicht auf das Board drauf. Wollt schon sagen. Wollt ihr mich verarschen? Ah, hier war ich in der Häusern vor der Allover. Wir haben ne Axt oder was, ne? Ne, hier ist es nicht mehr. Ob das sein könnte. Wer kommt hier? Boom. Oh, super. Oh, und das ist so dunkel auf einmal jetzt hier, ne? Ja, durch den Scheiß-Stuhl, man sieht ja fast nichts. Ich bin da halb down, ey. Ich hab auch mal ein Glück, ne? Erst ein Jockey, dann ein Hunter. Hunter. Oh, super. Am Glück gehabt, du bist da direkt. Der Hammer, ne? Du fahrst ja direkt vor der Tür. Oh, Tank. Wow. Ich wollte schon sagen, der muss ja jetzt mal down sein. Wolltest du runterspringen? Nein, das ist unter Wasser. Mal gucken, ob der da so aussieht. Oh, scheiße. Runter nicht springen hier. Aber hier kann man da runter. Oh, der ist da unten drauf, okay. Die Linel haben ja auch noch mal runter. Oh, ey. Alter, Schatter. Weißt du, da oben bringt doch was? Schön windig da oben, ne? Ja. Auf jeden Fall kommen die los, wir kommen da weiter. Ja, dann muss man hier lang, weitergehen. Woh, wir haben Corona getan. Ja, Blitz, Zedonner, was ist da los? Nur der Alice-Type kriegt ja nicht wieder auf die Kette, ne? Ja. Alice, was? Verwandzeug. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Hier müssen wir uns wahrscheinlich zu... zu dunkel gehen, oder so. Kann sein. Oh, der Markt ist sehr idyllisch hier. Ich möchte unbedingt ein bisschen mehr von der Landschaft sehen. Keine Ahnung, was bei denen los ist. Hier sind wir schon, ja gut. Hier sind wir wieder Waffen. Ah, Medic ist ja auch noch. Ich glaube, er ist... Ah, der Alice spielt auch Medic. Ich heile. Ja, ich bin noch fett. Ich bin noch fett. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ah! Lade da! Warte! Du brauchst das dringender als ich. Pass auf dich auf, damit das hier nicht umsonst war. Okay. Keine Witsch. Oh, Losche. Ist ja bei dem Wetter ja hier sehr schön, ne? Lampen ausmachen zu müssen, meinst du? Hier rüber. Ja, wir sind auch. Ja, so wie es ganz nah. Wir sind auch noch mal. Oh, die vorne ist ja. Warum brauchen wir das? Ja, die vorne ist ja. Okay. Oh, die Böse rüber. Oh, die Böse rüber. Oh, die Böse rüber. Oh, die Böse rüber. Sieht auf? Ah, nur. Ich hab sie nicht gesehen. Was geschieht da noch? Oh, jetzt ist das doch ein komisches Ziel. Nee, war da so ein gebackt oder so? Hm. Nicht schlimm. Hier kommen wir über die Böse rüber. Gibt schlimmer, ne? Ja, Taschenlampe angemacht erst mal. Wie sieht man da gerade? Das ist immer ein lausiger Fett. Autsch. Oh, boah, ich bin auf den D-30 wieder ohne. Ach, Mann. Ich hab mir noch zwei Schubs. Ja, jetzt Kettensäge wieder. Ich hab mir mal den Knauf. Ja, mach das. Oh, Charger! Alter. Das ist mies gegen so einen Charger. Hm, hm, hm. Das ist keine Chance. Nee, nicht mit einer Kettensäge. Nee. Da wird viel Wasser überall, ne? Ich mein, ich kann auch so nicht mehr. Ah, hier. Waren wir da vorhin auch schon drin. Nein, nicht. Ja. Bis so weit müsste das eigentlich jetzt auch einmal sein. Ja, ich steh' noch. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah. Boah, Sturm. Boah. Boah, Sturm. Boah. Sturm. Oder die Tanks In die Stadt Boah Na guck mal, die Bitch ist alleine, bleibt immer Ja Ja, weil ihr seid ja alle runtergesprochen Ja, ich bin runtergesfallen Die wollt gar nicht runter, ich bin einfach nur wieder rückwärts irgendwo runtergenappelt